Potenzgesetze braucht niemand. Ich weiß, diese Überschrift ist ein bisschen frech, aber man sieht das schon, weshalb das so einfach ist. Wenn man die Potenzgesetze mal nicht im Kopf hat, dann schreibt man sie sich ganz schnell mal mit einfachen Zahlen hin und sieht dann, aha, so funktioniert das. Und wie das dann wirklich erklärt wird, dafür gibt es genug Unterrichtsvideos auf diesem Kanal und deswegen habe ich diesen Trailer sozusagen dafür auch gemacht. Damit ihr dann schaut und mal auch hier schaut, hier oben, hier werde ich immer wieder Links einfügen, damit man ganz schnell darauf stoßen kann. Dann bleibt das Video ja immer stehen, welches man gerade auf hat. Das ist in fast allen Videos mittlerweile so. Und zum Schluss eines Videos, deswegen bis zum Schluss durchklicken oder durchspielen lassen, erscheinen dann überall hier die entsprechenden Verweise. Also, wie gesagt, wenn man sich das schon anguckt, dann braucht man Potenzgesetze wirklich nicht. Und wie man sie sich herleitet und weshalb das alles so billig und einfach ist, naja, das wird dann immer wieder im Unterricht erklärt und den Unterricht habe ich mitgeschnitten. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen, denn Verstehen macht wirklich Spaß.